Wieso hat das so gedauert? Hast du dich verlaufen? Hattest du Angst? Hast du es endlich eingesehen? Hast du akzeptiert, dass ich der Sieger bin? Habe ich dich zermürzt? Hast du die Botschaft jetzt verstanden? Nein, 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 nein. Das schafft es der nächste Raub. Das garantiere ich. Was ist los? Weißt du nicht weiter? Dürfte ich vorschlagen, dass du dich auf den Boden legst und die Walz ihre Arbeit ver- Hälft mir! Er ist aus. Aber wie lange? Dark Knight. Lang genug für mich nicht. Hälft mir! Warte mal, warte mal. Ich habe schon wieder vergessen, wie dieses Rätsel ging. Achso. Du hast ihn ausgeschaltet. Aber für wie lange? Hälft mir! Ich komme ja schon. Beruhig dich mal, mein Junge. Theoretisch. Schade. Ich dachte, wir werden Katastabküssen. Hilfe! Mann, hier wird das Wasser. Das muss ich doch mal checken. Nein! Zu weit, zu weit, zu weit. Ich fahre mal, bis die Walz wiederkommt. Wir gehen mir jetzt wirklich wieder. Bitte! Hälft mir! Das ist ganz fett. Juhu! Wenigstens stimmt hier jetzt mal wieder... Jetzt, wo du mein Werk vor dir siehst, fragt sich dein primitives Gehirn sicher, wie ich all das vollbringen konnte. Es war leicht. Wenigstens stimmt mal jetzt wieder hier die, die, äh, Mauer. Hälft mir! Und, äh, Elektrizität. Okay. Ach so, ich sollte das ja nur von da weglocken, damit ich diesen da machen kann, gell? Bitte! Hälft mir! Chill halt ne Runde, ich bin ja schon dabei. Ich bin kein Deto. Ja? Ich kann einfach nicht einschätzen, auf welcher Stufe dein primitives Gehirn arbeitet. Erlaube mir, dass ich dir helfe. Gib auf und stirb. Sofort! Warum konnte ich da jetzt nicht durch? Hilfe! Was mach ich? Was mach ich? Was mach ich? Scheiße, was mach ich? Was mach ich? Nein, 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 nein. Hierauf, 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 hierauf. Ich hab Scheiße gebaut, ich hab Scheiße gebaut. Ich hab Scheiße gebaut. Warum? Hilft mir! Ich höre das irgendwie. Was machst du da? Wir helfen, du. Ei. Sie sind in Sicherheit. Verdammt, wie hast du das gemacht? Sagen Sie mir die Zahlen. Eins. Eins. Fünf. Sieben. Acht. Null. Ab jetzt dürften Sie in Sicherheit sein. Versuchen Sie, wenn möglich, zur Kirche durchzukommen. Na komm. So, also. Guck, ist jetzt schon wieder irgendwas in der Nähe von... Eins. Eins. Zwei. Aber wenn auch, äh, 120. Aber wenn auch, wenn auch die, die andere Achse diesmal. Da. Löse dieses Rätsel. Wenn du mich schlägst, dann geh ich zu Bruch. Doch anstarren kann ich dich trotzdem noch. Was bin ich? Wie hast du das gemacht? Endlich. Ich werde meinen Teil der Vereinbarung jetzt wohl erfüllen müssen. Ein Rätsel für die Fleder. Wie hast du das gemacht? Wer hat dir geholfen? Sag's mir. Eigentlich ist es egal. Komm und rette die letzte Wache. Sie wird genauso schockiert sein wie ich, wenn du nicht kommst, um sie zu retten. Das hat mich richtig geschockt. Ha, ha, ha. Du bist so lustig. Hast du mich betrogen? Aber natürlich. Wie habe ich hier etwas anderes von einem wie dir erwarten können? Ich habe schon gesagt, das ist dein letztes Rätsel. Wie der mich verarscht. Wie der mich verarscht, dieser Knecht. Jetzt machen wir mal eine Story. Wie der mich verarscht. Wie der mich verarscht. Was war denn das jetzt? Einmal rumgeglitscht. Hier unten ist es nicht nur kalt, ich bin außerdem noch nass. Die Fledermaus ist hier! Der eine ist einfach rumgefallen. Oh, oh, das muss schmerzen. Der hat das Geländer geküstert. Ich leg dich auf. Badoken. Nein. Joker hat seine Männer in die Kanalisation geschickt, um die Reste von Pinguins Leuten zu jagen. Ich schicke, dass hier wieder die Catwoman-Trophäen sind, obwohl ich die eigentlich alle geholt habe. So hören, der Rest von Pinguins Leuten hat sich vor uns irgendwo verschanzt. Joker will, dass wir sie finden. Sollen wir sie umlegen? Die Dialoge haben uns ja angehört beim Normal-Pray. Hey! Ich dachte, ich war schneller gewesen. Und, oh, say you not. Oh, schöner Glitch. Dann wollen wir mal in die U-Bahn gehen. Achtung auf, gleich zwei fährt ein. Es ist eins nach Rüdermark, Oberroden. Abfahrt heute voraussichtlich circa zehn Minuten später. Der Grund dafür ist eine U-Bahn-Trophäen. Und, oh, ich wollte sehen. Mit den fünf Stunden... Chillen mal! Ich hätte gedacht, ich müsste jetzt noch mal hier jemanden aufs Maul geben. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, ich bin grad voll verwirrt. Und, oh, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Irgendwann kommt jetzt gleich ein Stealth-Abschnitt. Schon wieder mit Let's Play Arkham Origins. Nein, ich hab's aber richtig gesagt. Na, kriechen sie wieder. Ach stimmt, deswegen gab's keinen Stealth-Abschnitt von Batman hier. Alles in Ordnung, ist was passiert. Sämtliche Werte deines Anzugs waren im roten Bereich. Gib mir eine Sekunde. Ich werde es schon schaffen. Holy shit, hab ich mich eben erschocken. Was macht denn mein PC da? Eilung, dir läuft die Zeit davon. Mann, was ist denn diesen Dingern? Waffen, Sprengstoff, Thermalsensoren, was eine Armee so braucht, um Pinguin fertig zu machen. Sex-Bücher-Kern-Mut rein. Ich dachte, das hier ist ein Gefängnis. Ich dachte, wir wollten jetzt Sachen auflesen. Stehst du viele Fragen, Kleiner. Was macht der Flattermann hier? Der flattert. Aha, der war schlecht. Wir legen dich um, Schledermatt. Ey, das war ein so schöner Finishing-Move gewesen. Aber nein, du musst ja runter. Hö, ist der andere? Hö? Oracle, wie es aussieht, schickt der Joker seine Jungs hier runter, um Waffen von den Tiger-Wachen zu stehlen. Das ist schlecht. Diese Leute haben das Beste, was das Militär zu bieten hat. Wenn Joker das Zeug in die Finger kriegt, du weißt schon. Hä? Wird er nicht. Ich lasse es nicht zu. Ist der Typ eben runtergefallen? Ich habe doch einen hier an den Rand geboxt. Der ist ja runtergefallen. Ich muss ihn ausschalten, damit ich den Raum nach weiteren Zielen absuchen kann. Ich bin nur Assistenzärztin. Ich weiß nicht, was hier los ist. Kann ich sie haben? Nein, du hattest schon die letzte. Schnapp dir den Rest der Waffen und stapel sie da drüben. Wir müssen den Zeitplan einhalten. Was ist das? Und schon wieder ist hier so ein Glitch. Da war doch eigentlich schon ein Tor davor. Ich bin aber seit einem Moment gewesen. Sie ist hier ganz allein mit uns. Sie sollte Angst haben. Wir sind böse Jungs. Oh Gott, bitte. Ich kann ihm nicht helfen. Was zum Teufel? Hä? Was? Mein Störgerätstreik gibt eine Deckung. Ich repariere es. Was? Wieso? Wieso hat er den nicht ausgeschaltet? Da machen wir es so was. Ich sage ja, hier glitscht gerade so einiges. Oben hängt einer fest. Kommt hier rüber. Helft mir, ich repariere das Störgerät. Nichts da. Was machst du da oben? Hilfe! Schneid mich los! Was? Ich bin sicher, dass es von da kam. Das war's. Wir sind erledigt. Was zum Henker machen wir denn jetzt? So wird das nichts, hörst du? Wir finden dich und legen dich um. Wo zum Teufel bist du? Du kannst auch riegen. Ich dachte, ich kriege ihn übers Gelände. Ey, wie alles schief ist, ne? Ach, schade. Ich hätte auch darüber geflogen. Ich wollte eigentlich, dass einer von denen hier runterfällt. Wo zum Teufel bist du? Na, dann ziehen wir euch anders runter. Jetzt sind sie noch drei. Wo zum Teufel bist du? Bei Arkham Jetzt bist du wohl meine Geisel. Wo war's? Bei Arkham Asylum haben die doch immer gesagt, ah, zur Hölle damit. Wenn man mich sieht, stecken die Geiseln in Schwierigkeiten. Geiseln? Wieso Plural? Hä? Ich... So. Das ist ein richtiger Spaziergang hier. Boah! Einmal weniger! Sah aus wie der Einsufe von dem Kerl davor. Ja, das ist ja fabelhaft. Du bist es. Bitte, hilf mir! Ich liege hier auf meinem Sterbebett und ihr Vollidioten könnt nicht mal jemanden aufhalten, der sich als Fledermaus verkleidet. Alles schief, Alter. Ich habe die Waffen gebraucht. Jetzt muss ich wohl oder übel. Festhalten. Entschuldige Bett. Weiterhältiges Fahrrad. Vielen Dank. Was tun Sie hier in Arkham City? Ich bin in Arkham City? Was zum Teufel mache ich hier? Immerhin stimmen wieder die Lippenanimationen. Ich bin vor dem Krankenhaus, in dem ich arbeite, entführt. Ich wurde betäubt und bin anschließend oben in einem Gebäude aufgewacht. Die Person, die hier das Sagen hat, lässt Ärzte holen, um den Joker zu heilen. Sie hatten offenbar Pech. Er stirbt, nicht wahr? Sieht ganz so aus. Ist es schlimm, darüber nicht traurig zu sein? Was jetzt? Sie müssen hierbleiben. Verstecken Sie sich, dann wird alles gut. Ich komme wieder. Er griecht schon wieder hier. Oh, ich bin schon wieder unschaft. Hallo. Egal. Regeln wir gleich. Nur kurz was kriegen. Ah, jetzt ist der Autofokus. Hat es hingekriegt. So, ich würde sagen, ein bisschen machen wir noch mit Brother Ghoul. Bevor wir wieder weg sind. Sie sind über. Bring it! Ich mache zu langsam. Übertreibt doch mal. Ich bin krank. Ich sehe keine Krankheit. Ja. Wieder schön durch die Glitz. Lazarus-Technologie. Die Kräfte von Lazarus werden durch jede Straße in jedes Haus gepumpt und liefern saubere Energie. Der hat von den Knall gehabt. Mediatrische Wächter werden euch dienen, euch beschützen und wenn ihr euch von den schlimmsten Sünden befahren. Ach, jetzt kommt es gleich, wo das Spiel auch so bescheuert sich aufgehängt hatte. Vom ersten Durchgang. Das Signal des Senders geht hinter dieser Tür weiter. Aber die sieht aus, als wäre sie seit Jahrhunderten versiegelt. Die Assassins müssen einen anderen Weg benutzen, um durchzukommen. Das müssen die berühmten mechanischen Wächter von Wanda City sein. Offenbar verfügten sie über ein recht fortschrittliches Innenleben. Es gibt eine Art Speicherband, erinnert fast schon an primitives Video. Vielleicht kann ich es scannen und analysieren. Verdammt, die Daten sind unvollständig. So fortschrittliche Technologie hat damals eigentlich noch gar nicht existiert. Es scheint, als seien die Daten in einem geteilten Speicherbereich abgelegt worden. Vielleicht bekomme ich die Informationen von den anderen Wächtern hier unten. Alles schief. Hey, lass mich doch mal scannen, Mädchen. Was ist denn los mit dir? Sollst doch kein Objektorten, du sollst das scannen. Uh, alles schief. So, die zwei drüben wir. Irgendwo war da noch einer. Nichts objekt verdeckt. Irgendwo waren Wächter auch weiter oben, gell? Nope. Das ist echt scheiß Grädefleisch. Das ist ja der Legion Lappen. Aber warte mal. Die schauen wir. Ja. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Wo sind noch andere? übertreibt nicht ich habe zu früh ja gut ist ja gut ja 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 Meine Damen und Herren, wir präsentieren ihn zurück. Glaubt ihr doch schon, oder? Ja. Hm, wo war denn noch einer? Oh, ich habe vergessen, wo der letzte war. Weg über die Wörtersteige nach oben. Hey, mir ist ein Vieh in den Mund gekommen. Was soll das? Ist das eine Mücke da? Wo waren die? Ich habe das voll vergessen. Jedes Mal. Das ist das Alter. Ich war vorhin, echt würde das Gift so immer weiter wirken. Batman gibt hier einfach um, weil ich es nicht finde. Den hatte ich auch schon. Hä? Braust du das nicht mit der Glitzer? Jaja. Den hatte ich auch schon. Hä? Ich bin gerade dermaßen verwirrt. meinst du in den Mund этой стороны Youtube auf bisher. Ich habe den Mund! bin ich gerade voll oder über sich was dauern wird hier unten jeden bereich abgeklappert den habe ich auch ja ich bin verwirrt wo waren die anderen scheiß Roboter hier oben, wie würden jetzt die Schüler sagen Muruki, geht doch die zusammengesetzten Überwachungsaufnahmen zeigen, wo die Attentäter hingegangen sind sie wird einen Geheimgang passiert haben ich muss ihn finden ach, halte Seite, da ist das Tor Sieht aus, als sei ein Schwert hier das Richtige ne, wenn ich mich explizit auffordere um Hilfe, dann will ich keine Hilfe haben weil ich mag Backlit Gaming, ich will wirklich chill mal, Strange und nicht mal 20 Minuten waren 6 Stunden stimmt, stimmt ne, doch nicht, hä ich bin schon wieder, wer wird so stimmt wo, 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 wo jetzt hat meine Tastatur gefallen Räschel, Räschel Bruce du kannst mich hören, nicht wahr du musst ins Licht gehen dein Vater und ich warten wir haben dich so vermisst du musst es tun du musst es für uns tun, Bruce 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 hörst du mich deine Vitaldaten, sie brechen ein es ist, als wären sie im freien Fall was immer du auch suchst du musst es finden sofort wie viel Zeit bleibt mir oh, Gott sei Dank ich will nicht drum rum reden wenn es so weiter geht Minuten ehrlich, Bruce du musst mir genau sagen, was ich tun muss was soll Robin machen du weißt, wenn du nicht ich schaffe es aber war zu spannend das machen wir hier bei der nächsten Aufnahmesession von Batman Arkham weiter weil ich denke, es wäre blöd jetzt mitten im Rasa Ghul Abschnitt zu cutten